Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Ori and the Blind Forest. Lasst mich mal in Ruhe hier. Tut mir nicht immer weh. Ich bin doch so ein Liebeswesen hier. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir jetzt dieses Tor dort geöffnet kriegen. Ach nee, halt, ich muss ja hier eigentlich hoch. Hier rüber, nee, genau. Hier, zack. Dann da rauf und hier rüber. Sehr praktisch auf jeden Fall. Dadurch kriegt man nämlich tatsächlich immer nochmal so ein bisschen... Aua! Zurück. Sehr schön, weil wir wieder ein bisschen Lebensenergie zurückbekommen. Und hier unten müsste jetzt eigentlich dieser Geisterbaum, also dieses Tor sein, das Geistertor. Genau. Wir hatten zwei von diesen Stücken und können damit tatsächlich das Tor öffnen. Dann bin ich mal gespannt, was ich dahinter verbergen mag. Und? In welchen Abschnitt kommen wir denn jetzt? Wie sieht das hier aus? Da oben ist schon wieder ein Gegner. Da ist auch einer. Den zerstören wir erstmal, bevor er uns zerstört. Oh, jetzt sind wir hier quasi in einer Art Kreuzung angelangt. Links geht es weiter zur Geisterhöhle. Da sollen wir auch hin. Und nach unten kommen wir zum Hohlhain. Da kommen wir hierher. Diese Gegner sind ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Die halten ein bisschen mehr aus. Ups. Ist er zerstört? Jawohl. So, was haben wir hier? Oh, sehr schön. Und hier? Hm, offenbar komme ich hier erst später ran. Müssen wir uns mal im Hinterkopf speichern. Ich hoffe, dass ich das nicht vergessen werde. Aber vielleicht erinnert ihr mich ja bei Zeiten dran. So, wo kommen wir denn hier noch hin? Okay, was haben wir denn? Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Ja, super. Sehr schön. Das speichern wir direkt mal. Das ist nämlich das Coole an diesen Seelenverbindungen, dass wir die immer und überall offenbar aufbauen können. Wenn ich mich da irre, tut mir das leid. Aber zumindest habe ich das bis jetzt so, aber, empfunden. Gut. Richtung Geisterhöhle soll es für uns jetzt erstmal gehen. Vom Hullhain aus kommen wir ja gerade. Geh mal weg, du alles blödes Wesen. Tust mir einfach weh. Oh, es ist so, so schön hier überall. Da sind wir auch schon in der Geisterhöhle. Und können auch wieder eine Seelenverbindung aufbauen. Hier können wir wieder nach unten. Ich möchte aber erstmal wissen, was hier so ist. Okay, hier ist auch mal wieder ein Geistertor. Das heißt... Da müssen wir mal gucken. Oh, oh, oh. Du mieses kleines... Geh mal weg. So, hier. Genau, da wollen wir das mal oben. Ich wollte gerade sagen, kommt ihr auch mal bitte runter. Dadurch können wir unsere Fähigkeiten nämlich auch ein bisschen aufbauen. Was haben wir denn hier? Sehr gut. Hier können wir noch weiter nach unten. Aber erstmal machen wir das hier kaputt. Das ist alles mehr oder minder so ein bisschen Erkundungstool gerade. Wow, da haben wir schon wieder einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Was natürlich super ist. Da können wir unsere Fähigkeiten gleich wieder ein bisschen ausbauen. Aber erstmal gucke ich hier hin. Was haben wir denn hier? Sehr gut. Was ist denn hier so los? Oh, was ist das? Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nebel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Kartensteinfragment. Oh, hier habe ich aber erstmal noch was gefunden. Was wir brauchen. Uh. Das da rechts ist auch definitiv im Hinterkopf zu speichern. Kartensteinfragment habe ich aber, glaube ich, keins. Also muss das leider noch ein bisschen warten, scheinbar. Und zack. Halt. Genau, gebt man das alles her hier. Scheinbar ist es auch wirklich so, dass man nach und nach mehr dafür braucht. Also für die Fähigkeiten, also mehr dieser Punkte. Du blödes, blödes, gemeines Vieh. Hör auf. Ach Mist, hab ich doch noch reingehüpft. So ein Ärger aber auch. Kaputt. Yes, der ist Put-Put. Was sind das für Viecher? Sind auf jeden Fall böse zu Ori. Und das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Sehr gut. Fähigkeiten-Baum. Das kann ich also noch nicht machen. Denn ich habe keine Stichflamme irgendwie. Das ist natürlich auch geil hier. Meistens Sammlerobjekte werden... Ich mache aber erst mal das hier. Sehr gut. Das heißt, also ich kann mittlerweile an beiden... Also immer an der auch nochmal speichern. Das konnte ich vorher also nicht. Sehr schön. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken. Was war hier? Das hier kann ich noch nicht zerstören. Vielleicht kriege ich irgendwie mal eine... Stärkere Attacke oder sowas. Ist die mal weg? Hör auf, ey. Die tun mir so weh. So, jetzt gehe ich hier oben nochmal lang. Ich kann dieses Geistertor aber eigentlich noch nicht öffnen. Weil mir fehlt noch ein Stein. Ich habe erst einen davon. Ich muss das aus, weil ich noch echt noch lernen habe. Ich habe so das Gefühl. So, wartet mal. Was war hier denn noch? Hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Alles klar. Ich wollte nämlich erst gucken, was unten ist. Da kann man offenbar auch noch weiter nach unten. Kann ich mich hier oben irgendwie festhalten? Da habe ich wieder ein paar Punkte bekommen. Oh, da ist schon wieder das komische Ding im Vordergrund gewesen. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott. Hier wird es schon langsam gefährlich. Ich will gar nicht wissen, wie das noch später so ist. Was haben wir denn hier noch so? Ist hier noch was Schönes? Das Problem ist, wenn ich hier jetzt runtergehe, habe ich Angst, dass ich da nicht mehr so schnell hochkomme. Wartet mal. Ich werde jetzt hier erstmal nach oben gehen. Sofern ich das denn... Okay. Ich glaube, das hat sich schon wieder erledigt. Ich habe meine nicht vorhandenen Jump Skills, ja. Na gut, dann gehe ich halt hier jetzt runter, wenn ich hier nicht raufkommen soll. Kann ich das Ding nicht einfach von hier jetzt zerstören? Wäre klasse. Wäre klasse. Autsch. Vielen Dank. Komm her. Ah. Miest. Es ist echt interessant, diese komischen Pflanzen hier. Die zerspringen dann und ich komme schön vorwärts. Wow. Sehr gut. Was haben wir hier so? Unser Leben wieder aufgefüllt. Sehr gut. Da oben ist schon wieder so ein komisches Leuchten. Ich weiß nicht, was das ist, was das bedeutet. Nichtsdestotrotz ist es interessant. Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Waren das gerade wieder wir? So eine alte Erinnerung quasi von Ori? Das sieht sehr danach aus. Als sie verwüstete und tötete. Oh, wir spiegeln uns ja sogar im Wasser. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt nähe und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Okay. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von, hm, zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Okay, sind wir jetzt hier im Metroid oder was? Ja, nee, wie geil ist das denn? Du hast eine Energiezelle gefunden, jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ja, wie geil, cool. Ja, dann mache ich hier auch erstmal schnell eine Seelenverbindung hin, damit ich mein Spiel speichern kann. Das ist natürlich richtig geil. Da wird die Musik auch gleich noch fröhlicher. Aber da oben komme ich noch nicht ran, ne? Da bin ich noch weit von entfernt. Aber jetzt komme ich hier wieder hoch. Das ist natürlich super geil. Danke. Ups. Danke sehr. Ha, wie schön das einfach mal ist. Lass mich mal in Ruhe, du. Ist hier oben noch was in der Ecke irgendwie drin? Wow. Nee, scheinbar nicht. Oh, ist das schön. Yes. Komme ich jetzt hier vielleicht nach oben? Wow. Bitte hier nochmal hochspringen. Und hier rüber. Jawohl. Komme ich hier ran? Nee, aber da oben ist schon wieder irgendwas. Das könnte so ein Kartenstein sein. Es sieht so ein bisschen wie dieses Symbol dazu aus. Aber da komme ich nicht hoch. Nee. Leider nicht. Sehr schade eigentlich. Aber okay. Müssen wir erst mal mitleben und im Hinterkopf speichern. Hier haben wir mal wieder... ...so was hier. Alter, verwunde mich nicht immer. Arsch. So. Hier kann ich hier vielleicht rüber. Und hier... Jawohl. Das sah nämlich schon so aus, als ob hier irgendein Secret sein könnte. Sehr gut. Oh Mann. Das wird ja noch sehr interessant hier. Oh mein Gott. Da konnte ich einfach durchschieben. Alles klar. Okay. Das war sehr, sehr knapp. Ich möchte wissen, was das hier oben ist. Was ist das? Ah. Das sind wieder diese Fähigkeiten-Dinger. Alles klar? Cool. Was haben wir noch nicht alle? Jetzt habe ich alle. Sehr schön. Jetzt habe ich auch diese komischen Kartendinger. Was passiert? Jetzt komme ich da nämlich auch hoch und kann diesen Kartenstein mir wahrscheinlich holen. Ja, cool. Zieh dich mal. Dankeschön. Okay, ich kann ihn mir jetzt auch so holen. Da ist er. Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bring es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Ja, geil. Mach ich doch direkt. Okay. 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 Ach, warte mal. Hier unten liegt noch einer. Wenn ich hier mal mein Zeug liegen lasse, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich hier keine neuen Fähigkeiten freigeschaltet kriege. Geh mal weg jetzt. So, sehr schön. Wo war denn der? War der hier unten? Ich habe es schon mal vergessen. Aber das finden wir gleich wieder raus. Komm her. Gib. Hallo. Genau. Gleich haben wir es wieder. Gleich haben wir einen neuen. Jetzt nehme ich. Macht der dann immer die Viecher kaputt, die hier so in der Nähe sind? Und bitte nochmal ein... Genau. Wieder weg. Was haben wir denn hier? Neu gruppieren. Ja, geil. Nehme ich. Was kommt hier nach? Ha, also hier kann ich offenbar noch nicht, aber hier haben wir ja auch noch was. Sehr gut. Also erst mal weiter. Hier war das Kartenstein-Dings und setzen wir ein. Ah, sehr schön. Da oben müssen wir hin. Also wir haben noch einen ganzen Weg vor uns. Boah, die Karte ist einfach mal so unglaublich schön. Und hier sehen wir, wo wir uns befinden. Und da oben sollen wir hin. Da ist offenbar der Geisterbaum. Aber wir haben jetzt ja auch den Wandsprung gelernt. Wahrscheinlich mussten wir den erstmal lernen, damit wir überhaupt irgendwo... ...lang können. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier oben ist jetzt nichts weiter. Und auf der anderen Seite müssen wir dann mal schauen. Aber jetzt ist er so schön unterwegs, der Ori. Unser Ori. Und hopp. Hier hoch. Vielen Dank. Hier kann ich jetzt durch. Fällt mir gerade auf. Ich habe ja jetzt die... ...beiden Fragmente, die ich gebraucht habe. ...und wie für diese Steine. Weil ich im Überlegen bin, erst mal... Naja, ich gehe erst mal ein Stück zurück. Aber wir haben es immerhin schon mal geöffnet. Das ist ja schon mal viel wert, oder nicht? So, erst mal hier lang. Ja, da haben wir ihn erledigt. Ich möchte nochmal zurück zum Hohlheim. Weil jetzt habe ich den... ...Wandsprung. ...und habe einfach mal die Hoffnung, dass ich mithilfe dessen... ...vielleicht mir hier noch ein bisschen was holen kann. Da komme ich nicht ran. Aber vielleicht von der anderen Seite. Ah, da komme ich leider mal noch nicht hoch. Dafür springe ich nicht hoch genug. Aber egal. Wir können jetzt erst mal runter zum Hohlheim. Dumtldumtldum. Vielleicht ist das jetzt auch total sinnlos, was ich hier mache. Aber ich möchte halt ausprobieren ein bisschen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön vor allem. Gut. Yes. War hier noch irgendwas, wo ich jetzt hin kann? Nee. Leider noch nicht. Aber da oben kann ich auch nicht rauf. Seelenverbindung ist bereit. Das ist sehr schön. Vielleicht hier jetzt noch was. Irgendwo. Ich weiß, hier haben wir begonnen. Aber manchmal... ...sind ja gewisse Dinge auch erst später wirklich... Hier komme ich nicht weiter. Scheint mir. Alles klar. Dann gucken wir doch mal im unteren Bereich, ob wir da noch irgendwas jetzt... ...holen können. Ansonsten geht es natürlich da weiter, wo wir jetzt das nächste Tor geöffnet haben. Sehr gut. Und hier hin. Ups. War hier noch irgendwas? Achso, wir können hier jetzt nochmal das Ding aktivieren. Und hier komme ich jetzt hoch. Glaube ich zumindest. Was ist das? Eine Fähigkeitenzelle gefunden. Cool. Das ist also eine komplette Zelle direkt. Kann ich das auch hier machen? Nee. Aber ich speichere trotzdem nochmal. Oh, diese Geisterportale sind voll schön. Das ganze Spiel ist voll schön, aber trotzdem. War hier noch irgendwas oder war hier nicht noch irgendwas? Wupp. Dankeschön. Eine komplette Fähigkeitenzelle noch bekommen. Ist jetzt hier nochmal so ein Ding? Die Frage ist, ob ich jetzt noch was entgegenzusetzen habe irgendwie, weil... ...die Wand ist ja jetzt hier weg. Oder kam das Viech hier nur einmalig, um mir diesen Weg hier zu öffnen? Scheint sich um einmalig zu handeln. Kann man da irgendwie hoch oder so? Sehe ich nicht so richtig. Sah jetzt aber im ersten Moment nicht so aus, als ob man da irgendwie noch großartig was machen könnte. Hier oben war auch nichts weiter, ne? Springen wir nochmal rauf und gucken uns hier um. Nee, leider nicht. Gut. Okay. Dann werden wir uns jetzt Richtung Geistertor begeben, das wir jetzt zuletzt geöffnet haben. Uh. Oh, das spielt sich so schön. Das ist so fluffig alles. Also ich kann das ganz schwer beschreiben, aber... Ich denke, der eine oder andere von euch hat dieses Spiel bestimmt schon gespielt und weiß, worauf ich... ...hinaus will. Woop. Dankeschön. Ähm. Ich kann hier aber schon wieder speichern. Okay, da hätte ich auch gleich einfach mal... ...so machen können. Ganz genau. Kommst du mal bitte hier hoch? Vielen Dank, Ori. Zack. Hier rüber, hier hoch. Da hat auch diese wunderschöne musikalische Untermalung dabei. Ist unglaublich toll. Es baut eine sehr... ...sentimentale Stimmung auf. Wobei ich sagen muss, dass... ...dass ein Einklang mit dieser Grafik halt einfach mal... ...ein märchenhaftes Szenario darstellt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns hier im Laufe der Zeit noch so erwarten wird. Also da bin ich wirklich... ...total neugierig drauf. Irgendwie räume ich die mittlerweile ganz gerne aus dem Weg. Weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Na? Cool. Machen wir hier mal... ...bop. Und bitte einmal Fähigkeitenpunkt verteilen. Jetzt nehme ich das hier in der Mitte. Blob. Sammelobjekte werden angezogen. Und hier... ...Kartenmarkierung. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Das stelle ich mir auch richtig geil vor. Richtig gut. Oh, den habe ich zu spät gesehen. Doof. Spiel gespeichert nochmal. Hier oben war jetzt eigentlich nichts weiter, ne? Hier nochmal zurück. Flop. Und da sind wir dann auch schon wieder. Oh, die Musik wird ein bisschen anders. Kann ich hier wieder runter? Nein. Was ist denn da oben los? Oh mein Gott. Das ist so Trine. Also mich erinnert das an Trine. Okay. Wupp. Schon wieder einen... ...Auch. Siegelstein gefunden. Boah, Ori. Und noch einen. Bitte einmal schnell eine Seelenverbindung. Danke. Wenn man hier nicht schnell genug ist, ist man ganz schnell am... ...Oach. Sehr gut. Wie kommt man da unten hin? Ich weiß es nicht. Haha. Ah, was haben wir denn hier gefunden? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Zellen... ...Energiezellen... Nochmal. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Habe ich nicht. Also nicht genug. Da brauche ich fünf Stück. Oder vier. Ich habe gerade mal eine, beziehungsweise zwei. Wenn sie dann voll sind. Da kommt einer von oben, der das immer macht. Ist auch nicht schön. Da oben ist schon wieder so ein Stein. Ja, aber wie komme ich denn nicht hier hin? Nee, Quatsch. Ich wollte... Ja, wie kommt man da oben denn ran? Ich kann hier mich nirgendwo dran klemmen, sag ich mal. Hm. Schade eigentlich, aber ich weiß nicht, wie man da jetzt so ad hoc rankommt. Kann man diese Pflanzen eigentlich auch zerstören? Nee. Schade. Kam doch auch gerade so ein... Ah, da ist er. Habe ich bitte hier links hoch. Spuck mal bitte. Genau. Sehr schön. Haben wir. Jetzt habe ich schon drei. Und ich habe da drüben schon noch einen gesehen. Ich mache hier am besten mal schnell nochmal einen Speicherer. Hopp. Oh Gott. Genau, hier drüben habe ich es gesehen. Am besten ich speichere hier drüben jetzt nochmal schnell. Hups. Bitte rüber. Und zack. Nein, ich habe noch keinen neuen leider. Autsch. Okay, diese Stelle ist ziemlich ätzend. Wow. Wow, ich habe sogar genug. Aber da seht ihr mal so, wie viele das sein müssen. Cool. Ich bin zwar fast tot, aber trotzdem habe ich ein neues Tor geöffnet. Oh mein Gott. Jetzt wird es ja richtig interessant. Traurig fangen sie mich vor. Schlafend und still. Oh Gott, dieses Hintergrundbild. Es ist so unglaublich schön. Wir erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Es ist eine Siehe, Ori. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht, der Licht der Zeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich gief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Er wird einsch完全 Kuro stahl sein. Es war das Ende unserer Tage. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hörst gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten Nebel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf dem Ginsubaum. Das Element des Windes tief in den Elendsruiden. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horu-Bergs. Um Nebel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das Erste finden wir hinter der Spinnenbucht auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Dornensumpf. Das scheint also unser neuer Zielort zu sein. Ich finde den Ginsubaum. Wahnsinn. Ich würde mal sagen, mit dieser malerischen, schönen Kulisse verabschiede ich mich hier erstmal von euch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch im nächsten Paar wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017